Hey, fragt euch sicherlich, wer ich bin. Ich bin Handyman, Gründer und Entwickler von Handy. Ich verkaufe euch sportbillige Spülmittel, aber ist das auch gut? Nein, ist es huregeil. Ladies, natürlich mögt ihr Männer, die gut kochen können. Aber wisst ihr, was ihr noch viel mehr mögt? Männer, die gut aufräumen können. Ich meine, schau dir meine Küche an. Schau dir Toms Küche an. Zurück zu meiner Küche. Zurück zu Toms Küche. Leider ist seine Küche, nicht meine Küche. Selbst in der Scheinzeit waren die Küchen aufgeräumter als bei Tom. Aber woran liegt das? Handy. Handy? Nein, nicht das Handy. Das Handy. Tom benutzt aktuell noch die Konkurrenz. Und obwohl seine Küche aussieht, wie sie aussieht, zahlt er doppelt so viel. Sei nicht wie Tom. Kauf Handy, spare Geld. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020